Bro, guck mal was wir hier haben. Ich habe Pancakes gemacht. Ey, ich will auch essen. Stanni, gib mir mal was davon ab. Ey, ich esse jetzt einfach die ganze Zeit und guck mal, wie viel jetzt. Ah, ich hab auch einen. Ich hab's von dir genommen. Hä? Warum hast du so was Großes, Stanni? Mein Teller ist voll, weil ich gerade ganz viele Pancakes gemacht habe. No, Stanni, ich will mit der Essen. Oh, ich sieh's aber auch ganz. Guck mal, Leute. Ey, ich verkaufe jetzt meine Pancakes. Guck mal, was die hier für einen Teller, auf ihren Teller alles haben, Bro. No, guck mal, was das für verschiedene. Oh, den Pink. Oh mein Gott. Ey, wir müssen erst mal hier ein bisschen verkaufen, sag ich dir ehrlich. Komm. Ja, ich verkaufe auch noch mal gerade hier. Oh Gott, okay, du hast recht. Wir machen den Teller immer mehr Pancakes. Überleg mal nachher bis zum Weltall. Machen wir jetzt den größten Pancake-Pancake aller Zeiten? Wir machen den größten Pancake-Keller aller Zeiten. Das ist das Ziel, Leute. Okay, da bin ich mal gespannt, ob wir das echt schaffen hier. Ist das hier bei Plates? Ich muss auf jeden Fall... Ah, guck mal. Oh, das ist echt teuer, ne, Bro. Zeig mal, was kann man da alles kaufen. Das ist richtig teuer. Man kann sich hier auch die Prestige kaufen wieder. Ja, man kann sich hier auch... Guck mal, du kannst hier auch Ränge kaufen, ne? Ach, meinst du wieder auf Prestige? Ja, ja, aber wir sind gerade Noob-Rank. Oh, da kriegst du mal... Oha, das ist echt... Ja, das ist aber so teuer, Bro. Diese Ränge sind richtig teuer. Ja, ja. Dann müssen wir erst mal hier sammeln. Was bringt mich das einsammeln? Ey, wir müssen ja erst mal hier verkaufen die ganze Zeit. Ja, ja, safe, safe. Bevor wir uns hier irgendwas holen können. Das dauert echt lange, Leute. Wir müssen hier richtig hier zack, eat-ding, eat-ding, eat-ding. Ich verstehe aber nicht, wenn wir das aufessen, wieso immer mehr raufkommt. Ja. Das ist schon richtig viel. Oh, mein Gott, guck mal, wie groß der Pancake. Guck mal, oh, hier sind sogar Waffeln. Auch wenn ich die Waffeln wieder sehe, dann habe ich auch richtig Hunger hier. Ja, ey, schön. Pancake mit irgendwas drauf. Oh, mit so Ahornsirup. Flavor. Du kannst hier sogar Flavor raufholen, Steely. Oh, mein Gott, warte mal. Einmal Fresh, dann Vanille. Oh. Ey, das ist ja echt... Ich tue jetzt mal Vanille drauf. Obwohl, nee, da brauche ich noch drei Punkte. Ja, lass mal Vanille drauf machen. Ey, ich sage dir ehrlich, Leute. Ey, das muss ja, weil... Oh, ich rieche das auch gerade schon. Oh, leck den Vanille-Flavor rauf. Oh, und rein damit. Boom. Oh, wie ist das Dich da sogar? Guck mal, sieht das jetzt anders aus? Warte mal. Ja, ja, guck mal, die haben jetzt so einen weißen Rand. Ja, jetzt haben wir auch hier ein paar Zutaten drauf geschmiert. Oh. Wir machen auch viel mehr. Guck mal, oh, das ist sehr, sehr gut. Aber ey, was ist denn mit unserer Kapazität? Ich weiß nicht. Ja, ey, ich sage dir ehrlich, wir müssen eigentlich mal hier gucken. Warte mal. Können wir hier unendlich Kapazität uns holen? Das wäre mal interessant zu sehen. Infinity Pancakes, Bro. Kann man sich das holen? Das hole ich mir. Oh, mein Gott, okay, Leute. So, jetzt haben wir einfach mal hier ohne Ende. Bro, guck mal jetzt, wie das wächst jetzt. Ey, warte mal, jetzt machen wir doch die größten aller Zeiten, oder nicht? Jetzt machen wir die... Nein, nein, nein. Oha, oha. Stanni. Das geht doch nie in dem so. Boah, lass mal gucken, was hier noch so ist. Ey, guck mal, hier ist so ein Schokoladenspringbund. Voll geil. Oh, ich habe auch schon noch ein Schokoladenspringbund gesehen. Oh, mein Gott. Oh, guck mal, wir sind hier mitten in der Küche, Brody. Ey, du musst sogar mal ein bisschen nach hinten scrollen, Stanni. Ja, stimmt, wir sind einfach in der Küche. Ey, wir haben jetzt wirklich... Oh, mein Gott. Ey, okay, höher geht es gerade. Ja, das wird gleich noch höher gehen, denke ich mal, wenn wir bessere Dings haben. So, schön hier einsammeln. Machen jetzt echt gutes Geld, Leute. Die leckersten Pancakes. Lass mal jetzt so bis wollen wir... Ja, ich weiß nicht, eigentlich müssen wir direkt noch hier so ein besseres Topping holen, ne? Strawberry gab es doch. Ja, ich guck mal gerade, wie teuer ist das nächste gewesen? Boah, könnten 269, Alter. Oh, mein Gott. Okay, das ist echt... Das dauert richtig lang, Leute. Das ist echt schwieriger Simulator. Ja, aber ich habe jetzt gerade jetzt wieder... Warte. Ja, ich habe 297. Ich hole mir jetzt direkt mal Strawberry. Ey, du musst auch die Coinsen sammeln, da kriegen wir jetzt auch zwei, ne? Kriegen wir jetzt dafür auch jeweils zwei? Ja, komm, Strawberry. Bah. Danach gibt es Minze. Bah. Okay, jetzt kriege ich gerade plus vier, Stanni. Oh, ich auch. Aber Minze auf Pancakes drauf? Hä? Wie? Ja, da soll Minze gleich drauf. Minze schmeckt doch gar nicht auf einem Pancake. Pancake muss doch immer süß sein. Ich weiß auch nicht, Bro. Ich sag mir, hier nehmen wir einfach nur die Coins ein. Ich sag dir, ey, das macht so ein bisschen nebenbei, so weißt du? Oh, ein bisschen halt... Guck mal unsere Zelle an, Alter. Ey, wie groß unser... Lass das Bussi runterfallen. Ich sag dir, ey, wenn das runterkneidet, sind wir richtig lost. Was passiert denn da unten dann? Willst du mal hier runterspringen, oder was? Sollen wir es mal testen? Boah. Alter, hier. Wow. Oh. Bro, ich bin unten. Bist du unten? Nein. Kannst du da rumgehen? Vielleicht gibt es hier einen Geheimgang oder so. Ja, komm. Hier, siehst du mich? Oha, das ist so eine Riesenküche. Ich bin auch hier unten. Oh mein Gott, ich seh dich. Hinter dir, hinter dir. Was ist denn das? Guck mal, hier ist so ein... Oha. Lass mal in den Backofen reingehen. Ist das hier der Backofen? Nein, da gegenüber hier. Oh mein Gott. Okay, warte, ich komme zu dir. Aber kann man da rein? Ey, ich glaube, da hinten ist so eine versteckte Leiter, oder? Stimmt auch nicht. Ich dachte gerade auch. So bei den Schubfächern können wir da nicht hoch? Ey, das ist ja auch richtig. Ey, hier ist irgendwas Stil. Ja. Höh. Nein. Nein, ich bin jetzt voll nach oben, nach vorne gekickt worden. Was ist das? Was war denn das? Guck mal, keine Ahnung, Bro. Noo. Was komisches. Ja, ich würde sagen, Stadni, komm, lass uns einfach... Ja, lass verkaufen, lass verkaufen nach oben, Leute. Zack. Oh, ich habe 778 jetzt. Ja, ich habe 725, sehr gut, Leute. Minze. Das ist aber auch nicht so lecker. Doch, danach gibt es Schokolade, Bro. Schokolade kostet so viel. Ey, aber guck mal, wie schnell das jetzt geht. Guck mal hier. Wieder die Dinger draufhauen, die Pancakes. Loll. Boop, 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 boop. Wie schnell das? Guck mal, zack, 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 zack. Oh mein Gott, Leute. Die hauen jetzt hier richtige Ladungen drauf. Ey, das sieht auch so krank jetzt aus, Leute. Plus 6 kriegen wir jetzt einfach mal hier. Und natürlich... Coins bringen jetzt plus 3, wenn wir die Coins durchrennen, ne? Oh, ich bin runter... Ey, ich bin gestolpert. Und ich esse trotzdem, Leute. Wie geil sah denn das wieder aus? Bist du runtergefallen, oder was? Ja, nee, ich lag gerade auf dem Boden und hab trotzdem gegessen. Ja, das ist richtig. Ich war ein bisschen verfressen gerade, muss ich zugeben. Man muss auch essen, wenn man runterfällt. Pancakes sind halt lecker. Pancakes haben... Ja, ich brauch unbedingt Schokolade. Das wird so cool aussehen. Ich hab jetzt auch schon 875. Das sieht richtig gut aus. Hast du doppelt oder sowas geholt, oder bist du ganz normal? Nee, ich hab ganz normal, Bro. Okay, gut. Ich sammle hier... Ich renne hier durch die Coins, ne? Das macht natürlich nochmal fast so wie doppelt. Obwohl, wollen wir uns gleich mal doppelt kaufen? Das wäre eigentlich auch mal interessant. Ich würde sagen, am besten sogar jetzt, bevor wir das nochmal verkaufen. So, okay, okay, okay. Dann lass mal gucken. Eat fast. Superspeed. Double Pancakes, Bro. Warte, Double... Ja, da sehe ich mich, Leute. Da sehe ich mich auch drin, Leute. Jetzt geht's nämlich... Guck mal. Ey, die machen jetzt 12 Pancakes, ne? Die machen jetzt gerade schon 12 plus. Warte mal, wenn ich jetzt hier durch die Coins renne, was bringen die Coins? Die Coins, das ist nur für Pancakes, Shani. Nein, nein, die Coins, die bringen ja auch was. Ja, ja, klar. Aber die bringen halt wenig, die bringen halt wenig. Pancakes bringen halt viel, viel mehr. Ich habe jetzt sogar gleich schon... Ja, jetzt habe ich's. Schokolade. Die könnten, glaube ich, jetzt sogar echt die neue Zutat draufballern. Und wie geil ist das hier, Schokolade? Oh, da fehlt mir noch 100. Ey, da fehlt mir auch noch ein bisschen. Ey, da... So, zack, fertig. So, Leute, jetzt kann ich das direkt holen. Boah, jetzt guck mal, wie das aussieht gleich. Ich passe mal auf. Ich baue jetzt hier nochmal neu. Cool. Steely, guck mal. Zeig. Oh! Oha, guck mal, da oben wie lecker, Leute. Am Rand nochmal hier. Überall Schokolade drauf. Ey, jetzt habe ich ehrlich, ich habe gerade richtig Hunger jetzt hier. Ey, wie schnell das geht, ne? Ja, ey, aber haben wir die Freundin schon... Ah, nee, wir haben vorhin plus 12 bekommen. Jetzt machen wir hier plus 16. Gut, gut, gut. Ja, jetzt machen wir richtig viel. Guck mal, wenn wir jetzt verkaufen. Ey, wir holen gleich alle Spieler hier ein, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Ey, stimmt, du bist schon Zweiter gerade, ne? Ich sehe es auch gerade, ja. Ja, aber das sind die Pancakes, die eine hat 10.000, Leute. Oh, wenn wir den einholen... Ey, den holen wir jetzt sofort ein. Ich sage dir ehrlich, ich halte jetzt einfach mal ein bisschen gedrückt. Oder nee, obwohl, wir müssen schon eigentlich verkaufen. Damit wir gleich ein bisschen mehr machen. Ja, gleich verkaufen und dann zack, holen wir uns direkt... Was gibt es danach für den Flavor? Wie teuer ist der Flavor? Raspberry 3.222, Diggy. 3.000, ey, das ist ja echt viel. Ja, aber guck mal, wir müssen halt irgendwie in Prestige kommen. Ranks, Leute. Guck mal, wenn wir nicht rankamen, dann kriegen wir halt alles hier plus... Double Coins, schau mir noch Double Coins einmal das Ziel, sorry. Double Coins? Ja, Double Coins. Es gibt nochmal Double Coins, wenn wir verkaufen. Wo ist Double Coins? Ah, hier. Leute, jetzt, guck mal, was jetzt passiert hier. Ja, jetzt, äh, gleich vorbei. Vielleicht können wir uns auch die Ränge kaufen. Sehr gut, sehr gut, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt. Und? Ja. Wie teuer war das andere, das nächste? 3.000. Okay, ja, Leute, ich habe 3.114. Mal schauen. 3.000 noch was, glaube ich. 3.000 noch was. Oh, 3.200 noch, nein. Aber mit Double Coins, das geht ratz-batz. Ja, Leute, jetzt, oh, jetzt kann ich mich sogar holen. Komm, Stani, lass uns das neue, die neue Zutat draufballern. Und, oh, das sieht jetzt wahrscheinlich richtig lecker aus, oder? Oh, mein Gott, ja, ich sehe... Ja, das hat der eine hier auf sein... Ih, der hat Schimmel auf seine Pancakes gemacht. Oh, denn ich sehe... Lol, das sieht ja aus mehr wie ein Burger und Salat, hä? Ich will doch nur Pancakes mit dem Zucker hier. Raspberry, mh, das sind Himbeeren, Leute. Die sind sehr, sehr lecker. Oh, ey, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Gut, dass wir uns Top-Hit geholt haben, sag ich dir ehrlich. Ey, sonst würden wir hier noch ewig dran sitzen. Wir wollen ja hier nicht umsonst den größten Pancake. Ey, aber warte mal. Guck mal, der eine hat verkauft. Wir könnten jetzt erster Platz werden. Stimmt, ne? Warte mal. Aber guck mal, die Noobs sind alle Beginner. Das sind alles Anfänger. Die haben uns schon nicht mal einen Rang geholt. Ich bin erster, let's go! Stark. Sehr gut, Stani. Jetzt haben wir hier zusammen wieder den ersten Platz erreicht. So, ich sag dir ehrlich, warte... Boah, ich hab gleich 1.000 Pancakes, die ich verkaufen gehe. Let's go! Sehr gut, sehr gut. Wann gibt's das nächste eigentlich? Der nächste Flavor? Guck mal, ich guck mal. Der nächste kostet 5.000, okay. Boah, ist schon ordentlich, ne? Wie viel macht denn der? Der muss ja plus 30 dann machen oder so. Der muss eigentlich schon echt einiges dann machen, glaube ich. Oder nur 24, ich weiß gar nicht. Aber ich würde sagen, ich könnte es theoretisch jetzt... Warte mal. Ja, ich kann's holen, Stani. Ich kann's mir jetzt holen. Jetzt holen sie dir Blaubeeren oder so, ne? Blaubeeren, ja, die gehen plus 12 nochmal. Ja, 24, wie ich gesagt hab. 24 hier. Blaubeeren, rauf, Leute. Ich bin auch immer Platz 1, obwohl ich verkauft hab. Let's go! Ey, guck mal, wie schnell wir die auch einholen, ne? Die haben ja gar keine Chance mehr. Bei uns geht's jetzt maximal schnell. Wie die Blocks dominieren hier gerade wieder? Da habe ich schon wieder über 1.000 gesammelt. Oh mein Gott, wie schnell das jetzt gerade hier geht. Die Coins geben jetzt auch hier plus 6. Das ist auch in Ordnung. Ah, die Coins in den Bayern sammeln. Überleg mal, weil das ist 24. Zack, dann ist das dann auch noch durch. Wir haben hier fast dreifach Beschleunigung. Gute ist auch, dass wir jetzt auch gerade nur einmal nur gedrückt halten müssen und nicht immer darauf klicken müssen. Ja, das entspannt. Sehr gut, Leute, sehr gut. Oh, ich glaube, der nächste Flavor kostet 10.000 oder so. Kann das sein? 10.000, sicher? Weiß das nicht. Boah, da guck ich gleich mal rein, Leute. Nachdem ich erstmal die ganzen Coins hier eingesammelt hab. Oh, mein Pancake ist so lecker. Oh, guck mal, wie lecker auch hier diese ganzen Farben hier. Rot, Pink, hellblau, blau, blau. Äh, was ist das denn? Robux können wir da raufpacken auf unsere Pancakes. Hä? Die 1.000 aber. Ey, Robux? Ey, warte mal, kann ich mir, glaube ich, jetzt... Nee, das kann ich noch nicht holen. Das ist das, was der Typ da drauf hatte. Ey, ich stelle mir vor, wir kriegen dafür jedes Mal Robux, Stanni. Ey, das wäre wirklich zu krank. Das wäre, das wäre... Ich stelle mir vor, wir kriegen pro Klick und immer so. Unendlich Robux haben wir dann. Das wäre die Meta. Ich kann es mir jetzt holen, Stanni. Okay, warte, und wir auch? Let's go und... Robux! Jetzt haben wir die Robux hier. Oh, mein Gott. Guck mal, die Robux sind einfach auf unsere Pancakes drauf. Ach, ich dachte, das war doch voll das Schimmel, dieser Schimmel, was wir... Ja, das sind einfach Robux. Robux, hä? Wir können jetzt unendlich Robux auf unsere Pancakes hauen. Wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass Robux so aussahen. Ey, das sieht aus wie doller. Geil, Alter. Sehr gut. Na, na, schön essen hier. Aber hier wieder 1.500 gleich gesammelt und... Ey, das ist der Typ hier mit... Ey, guck mal, aber da ist auch schon so Rainbow-Zeug drauf und so. Also, aber wir machen viel, viel mehr wie der. Ja, irgendwie schon, ne? Aber der macht pro Klick mehr. Ja, jetzt machen meine Münzen wieder statt 6 plus 6 plus 2. Warum so wenig ist auf einmal plus 4? Hä? Ich glaube, die Münzen sind aber unterschiedlich hier. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Oh, jetzt wieder plus 6. Gut, gut, gut. So, wie teuer war das nächste gewesen, Stanni? Hast du schon geguckt? Boah, bestimmt 10.000 oder so. Ich guck mal kurz. Das nächste kostet 9.340. Schon sehr lange. Das ist eine Ansage. Aber, Leute, wir klären das doch jetzt gleich hier. Ja, das war ja schon alleine mit den Coins einsammeln hier, du. So, jetzt habe ich gleich 9.000. Sehr gut. Oh, jetzt geht's ab, Stihl. Leite dich fest. Oh, ich habe 9.470. 9.500. Ja, ich kann es mir holen. 9.340. Was gibt's denn da, Leckeres? Orange. Orange, mhm. Ja, danach gibt's Slime. Schleim? Ja. Aber was für ein Schleim? So ein Zuckerguss-Schleim oder wie sieht's da aus? Schleim steht da richtig. Bro, dieser Diesel ist wie der Erste. Oha. Aber den holen wir noch gleich ein. Keine Sorge. Er macht, oh, okay. Der macht richtig gute Punkte, ne? Den holen wir gleich ein, Leute. Passt auf. Aber er hat auch gut Coins gesammelt, sehe ich, ne? Das bringe ich auch. Das wird ja auch hier alles registriert. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Schau mal, jetzt sind 3.000 Coins da auf der Rundkante. Aber gut, das Ding ist halt, wir holen ihn, denke ich mal, ein, weil wir ja doppelt so und so haben, ne? Hä, warte, oha, du hast 3.813 Coins? Ja, ich verkaufe da nebenbei. Ich habe auch nicht mehr so viele Pancakes. Oha, du hast 2.000 Pancakes drauf. Oh, ey, ich kann hier gar nicht mehr langlaufen, weil mein Pancake-Teller zu groß ist. Warte mal, ey, ist dir aufgefallen, dass dieser Baum einfach aus Zuckerwatte besteht? Guck mal hier, lauf, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, lauf mal hier unter den Baum lang. Guck mal, was hier passiert. Geht das nicht? Ich bin hier gerade umgekippt. Ach so, ja, hier, meine ich auch. Hier, guck mal hier, hast du recht. Hier bin ich auch mal runtergeblieben. Ja, weil der Pancake-Teller zu hoch ist. Ja, ey, oh, guck mal hier, Dani, oh, nein. Wow, bist du ja hingeklogen. Aber ich bin trotzdem. Weil einfach der Pancake-Teller zu hoch ist. Äh, ich guck mal gerade kurz. Wie teuer ist denn das nächste Slime? Kostet 11.890, Dani. 11.000? Da haben wir noch einiges vor uns. Oha. Jetzt sage ich ganz ehrlich. Oha, dieser Diesel geht auch gar nicht verkaufen, ne? Der steht jetzt hier einfach nur rum. Ja, er wollte jetzt meinen Rekord hier toppen. Aber ich habe den größten Teller hier, wenn man so mal guckt, wenn du rauskreuzt. Guck mal, der Nupan hier vor uns, guck mal, der Nupan. Oha, wie süß. Okay, dann würde ich sagen, Leute. Wie teuer, 11.000? Ich habe 11.550 jetzt. Ja, ich auch, Bro. 11.000, Leute. Nein, da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt noch etwas hier. Jetzt haben wir es. Und jetzt kommt auch noch Slime auf die Pancakes. Oh mein Gott, let's go. Ey, der hat schon dieses Candy-Caner, dieser Diesel schon auf seine Pancakes. Guck dir das mal an. Ja. Das haben wir noch gar nicht drauf. Der Typ macht richtig viel. Oh mein Gott, ey, hat ja wirklich hier so Zuckerstammt auf hier alles. Guck mal, der hat jetzt schon 10.000 Pancakes auf seinen Teller. Ey, das ist krank, sag ich dir ehrlich. Aber den werden wir einholen, Leute. Safe, wenn wir den einholen. Schnell nochmal hier die Coins sammeln. Ey, überleg mal, wie soll man denn hier bitte Prestige kommen? Ja, stimmt. Na, warte mal, was braucht man nochmal dafür? Da braucht man 2 Millionen. 2, ist das erste Rang, ist gerade mal der erste Rang Prestige, Leute. Ey, das ist, ey, die übertreiben. Die übertreiben wirklich, also das ist, den Simulator haben sie echt. Und wir haben ja alles schon, Leute, guck mal, wir spielen ja hier schon mit Robux. Wir haben ja schon sehr viel Robux investiert und kommen hier kaum voran, ey. Aber die nächsten Upgrade will ich mir auf jeden Fall noch holen. Wie meinst du jetzt, äh, den Prestige? Ne, ne, dieses Candy-Zeug da. Ne, Prestige können wir ja gar nicht kaufen. Ne, ich dachte nämlich gerade, ich hab schon ein bisschen wahnsinnig. So weit geht's nicht. Auf jeden Fall noch eins, lass mal hier gucken. Ich guck mal gerade. Ja. So, guck mal hier, Candy Cane. Das will ich mir auf jeden Fall, das macht plus 20. Ja, das, das, das wird mich auch interessiert. Das sieht doch richtig lecker aus. Das bringt nochmal, guck mal die Noobs hier an mit ihren ganz kleinen. Guck mal hier, der hat der, guck mal die kleinen Noobs an. Ey, der wird sich auch denken, was wir hier auf unsere Pancakes alles raufgehauen haben. Ja, das muss er sich ja verändern. Guck mal, er hat das selbe Gesicht wie du, Stanni. Wirklich? No, ja, guck doch mal. Der freut sich. Er hat das selbe Gesicht wie du, ist einfach der Dwillingsbruder. Du hast ja nächste Flavor, Candy Cane kostet, Leute, guck mal, mal vier Coins macht er aber, ne? Dieser Prestige-Zeug ist halt so krass, 40.000. Wie viel hast du jetzt schon Candy geholt? Ne, hab ich noch nicht, 14.000, noch was kostet der. Ja, ich hab jetzt gerade 14.330. Och man, jetzt brauch ich noch ein bisschen hier. Ja, ich mach 15.000, Leute. Komm, 15.000. Ich hab's, Stanni. Danach kommt Skittlis. Nein. Oder Skittlis, oder wie es hieß, oh mein Gott. Boah, guck mal, wie viel Flavor, aber es gibt gar nicht mehr so viel Flavors, ne? Ne, nicht mehr so viel. Wow, Skittlis ist auch geil, ne? Guck mal, jetzt machen wir aber auch 40 schon. Ey, ich sag dir ehrlich, also mittlerweile. Ich glaub nicht mal, dieser Diesel macht so viel wie wir. Weil wir haben ja das Doppelte. Guck mal hier, Leute. Wir holen ihn gleich auch ein hier. Der hat 14.000. Jetzt hat er verkauft, jetzt hat er verkauft. Jetzt ist wer der Erste? Ey, aber der macht gerade mal so wenig, dieser Dieseltyp hier. Guck mal hier, 300. Aber der hat sogar schon Skittlis freigeschaltet. Lol. Ja, aber er hat nicht diesen Double Boost, den wir haben. Hä, hä. Ja, Leute, wir sind wieder hier komplett sehr gut hier unterwegs. Ey, ich spare jetzt, bis ich 10.000 Pancakes habe und gehe dann verkaufen. Das ist dein Ziel, okay. Das ist mein Ziel, Leute. Wie viel hast du? Ich hab, du hast 4.000. Ja, ich hab gerade wieder 4.000, jetzt 5.000 hier. Zack. Wir sind, schade, dass es hier keine Haustiere gibt, ne? Ja, das wäre auch. Und dann hätten wir viel, viel schneller auch das Ganze hier reichhalten können. Ja. Wer ist denn der hier? Guck mal, ein neuer Noob ist hier drin. Wo ist der? Ein neuer Noob. Oh, der ist schon rausgegangen. Schade. Ey, du hast den runtergemacht. Jetzt hat er sich wieder, ja. Ich hab mich einfach geärgert. So, wir haben gleich 10.000, Leute. Und dann können wir uns richtig, dann können wir richtig einkaufen gehen. Aber sein Turm sieht halt noch viel bunter aus wie unserer, ne? Ja, er hat doch so, der hat so, guck mal, noch ein paar Blaudinger, oder haben wir das auch? Ne, Blaudinger haben wir auch. Ja, okay, warte mal. Dann, das sind deine Blaudinger. Er hat noch irgendwie... Der hat Skittles schon, hat der schon. Ja, hat der noch. Du denkst ja, ich glaub, Skittles hat er und White hat er aber auch noch nicht. Ja, deshalb müssen wir den ein und das ist noch das Ziel hier. Ich sag euch, warte, ich kann es... Ich kann es hier auch richtig verkaufen, warte mal. Ja, ich kann mir das nächste Mal holen, Stunny. Ich kann mir Skittles holen, let's go. Wie toll ist das? 18.000, ne? 17.750, Stunny. Boah, wir haben viel, viel mehr, Leute. Skittles drauf, Bam. Grapefruit danach. Ja, ja, ja. Okay. Mal jetzt viel lecker, wie außerdem, wir haben den jetzt maximal hier eingeholt. Und das... Ich glaub, wir haben jetzt sogar die gleiche Pancakes wie er, ne? Hat der Orange schon? Ne, ne? Ne, hat er noch nicht. Wenn er keine Orange hat, dann sind wir ihn noch komplett überholt. Dann haben wir ihn überholt, Leute. Wir sind der König mit zusammen mit Steve-Breader Pancakes. Let's go. Let's go. Das war's gewesen, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, checkt Stanley und mich aus. Abonnieren nicht vergessen. Like, das war's gewesen. Tschö, Leute.